Guten Abend! Ein kleines Bonus-Video zu dem Biesdorfer Kreuz-Filmchen von gestern. Dort hatte ich ja den Publikumsjoker gezogen, als es um die Frage ging, ob es früher in Biesdorfer Kreuz Nord HL-Signale mit grünen Lichtstreifen auch gab. Und es wurde dann recht schnell von mehreren Leuten kommentiert, ja, da gab es was, irgendwie so grobe Richtung Lichtenberg und irgendwie von oder nach Biesdorfer Kreuz Südwest. Das Grundproblem ist ja bei typischen Reichsplanplänen, dass man da wenig mehr Informationen daraus entnehmen kann, außer hier steht ein HL-Hauptsignal und es hat die Nummer 377. Bei der Bundesbahn war das anders. Hier mal beispielsweise ein Plan des Bahnhofs Una und da kann man wirklich viele Informationen über die Hauptsignale entnehmen. Zum Beispiel dieses hier, P4, dass der Pin hier Halt- und Langsamfahrt zeigen kann, weil der hier diesen Strich runter am Signalschirm hat. Dann hat er ein Rangiersignal, also HP00 und SH1. Er hat ein Ersatzsignal ZS1, das ist dieses kleine Dach hier oben drüber und ein Signal ZS8 kann auch gezeigt werden, das ist dieses X hier. Und hier unten am Signalfuß ist dann auch noch das Symbol für einen ZS2-Richtungsanzeiger eingezeichnet. Und damit ist man dann, wenn man so ein Signal in Susi nachbilden möchte, schon weitgehend kuriert. Aber im Reichsbahnland ist es halt nicht so einfach. Und ich habe heute dann mal drüber nachgedacht, wie kann man denn irgendwie vielleicht analytisch an die Sache rangehen und überhaupt erstmal rauskriegen, welche Signale in Biesthofer Kreuz Nord überhaupt dafür in Frage kommen für einen grünen Lichtstreifen. Und dann ist mir eingefallen, dass ja alle diese Pinne hier einen Richtungsanzeiger ZS2 haben. Und der führt in Susi dazu, dass die Fahrstraßengenerierung hier aus den Streckendaten neue Signalbilder generieren muss. Und an dieser Stelle verraten sich dann die möglichen Kandidaten für einen grünen Lichtstreifen. Wenn wir dann nämlich hier mal in die Schaltlogik des Signals reinschauen, Das ist hier das Hauptsignal, wenn man die kurze Kurve von Lichtenberg sozusagen in der falschen Richtung befährt. Diese Strecke, die im Jahr 2021 zur eigenen VZG-Strecke erhoben wurde. Dann sind die ersten Zeilen hier, das ist Standard-Schaltlogik in Susi für ein HL-Signal, so wie es aus der Tüte kommt. Kann also Fahrt mit Höchstgeschwindigkeit, Halt oder 40 kmh, 60 kmh oder 100 kmh signalisieren. Im Prinzip, dieses Signal, weil es nur einen gelben Lichtstreifen hat, ist halt auf 60 kmh gedeckelt. Und jetzt hat die Fahrstraßenerzeugung hier allerdings aufgrund des Richtungsanzeigers dann weitere Zeilen generiert. Dafür hat sie dann die Strecke untersucht. Und dann hat sie festgestellt, es gibt offenbar an diesem Signal hier einen Fahrweg, wo die Weichen 100 kmh hergeben würden. Allerdings, da, wie gesagt, derzeit ich da nur den gelben Lichtstreifen eingerichtet habe, ist das Signal derzeit auf 60 kmh begrenzt. Man sieht dann hier auch, in welchem Fahrweg das der Fall ist. Nämlich dann, wenn hier der ZS2-Buchstabe S für Springpool angezeigt wird. Im Signalbuch der Deutschen Reichsbahn hieß das Signal damals ZS4, deswegen steht hier HL-ZS4. Also, Signal 371, möglicher Kandidat für grünen Lichtstreifen. Und das können wir jetzt mal hier durchtingeln. 373, das ist das Hauptsignal, wenn man aus BK Süd-West kommt. Ebenfalls eine Zeile für 100 kmh, derzeit auf 60 kmh begrenzt. 375, Gegengleis von BK Mitte. Aha, von diesem Signal aus können keine Ziele erreicht werden, wo alle Weichen 100 kmh zulassen. Signal 377, ebenfalls keine Weichen für 100 kmh. Und 379, das ist die Verbindungskurve aus Karlsdorf. Keine Weichen für 100 kmh. Diese Zeile hier oben gehört noch zur Standardschaltlogik des Signals. Und dann, hier ganz außen, Signal 381, das ist die Kurve, die von Lichtenberg kommt. Da gibt es einen Fahrweg mit möglichen 100 kmh, also ein weiterer Kandidat für einen grünen Lichtstreifen. Und das können wir jetzt spaßeshalber dann auch noch auf der anderen Seite im Streckenmodul Springfuhl durchtouren. Einmal hier, Signal 384, das ist vom Bahnhof Berlin Nordost kommend. Jede Menge ZS2-Begriffe dann hier erzeugt worden von der Fahrstraßenerzeugung. Nach E wie Eichgestell, K wie Kaulsdorf, L wie Lichtenberg und W wie Wuhlheide, aber keiner davon für 100 kmh. Signal 382, das ist das Überholgleis des Bahnhof Wiesdorfer Kreuz Nord. Auch keine Fahrwege für 100 kmh von diesem Signal erreichbar. Signal 380, das ist das durchgehende Hauptgleis. Und hier gibt es gleich zwei mögliche Ziele für 100 kmh. Also möglicher Kandidat für grünen Lichtstreifen. 378, das ist das Gegengleis. Ebenfalls zwei mögliche Ziele für 100 kmh. Also der nächste Kandidat. Und zu guter Letzt Signal 376 von Marzahn dann kommend. Keine Ziele für 100 kmh. So, jetzt können wir allerdings dann noch ein bisschen weiter hier die Forschung treiben. Und zum Beispiel ist es hier bei der Kurve aus Lichtenberg so, dass ohnehin die Streckengeschwindigkeit nur 100 kmh ist. Das heißt, dieser mögliche Kandidat hier, den wir eben identifiziert haben, da würde ich vermuten, dass die Reichsbahn dort dann wiederum keinen grünen Lichtstreifen eingebaut hat. Und das stattdessen dann einfach mit Signalbild HL1 signalisiert hat oder wie auch immer. Und sich das Geld für den grünen Lichtstreifen bei diesem Signal hier dann gespart hat. Derselbe Fall liegt hier vor. Auch diese Verbindungskurve hat als Streckengeschwindigkeit auch genau 100 kmh. Und deswegen halte ich es für unwahrscheinlich, dass hier ein grüner Lichtstreifen dann drangebaut war. Und hier bei dem dritten Kandidaten, 373, das ist die Verbindung von der Einfahrgruppe Wuhlheide, also Wiesdorfer Kreuz Südwest. Dasselbe. Streckengeschwindigkeit ist ohnehin nur 100 kmh, also vermutlich kein grüner Lichtstreifen. Damit verbleiben dann als ganz heiße Kandidaten für den grünen Lichtstreifen die beiden Signale 380 und 378. im Streckenmodul Springvogel. Und die habe ich mir dann jetzt mal ganz besonders genau angeschaut. Und siehe da, es gibt ein Video auf YouTube, wo man dann tatsächlich hier sehen kann, dass Signal 378 zum Beispiel definitiv zwei Lichtstreifen hat. Hier unten der gelbe und oben drüber der grüne. Und genauso bin ich der Meinung, dass hier das Signal 380 ganz schwach erkennbar in dem Video ist, meines Erachtens auch dort ein grüner Lichtstreifen. Jo, das war es, was ich jetzt heute einmal zeigen wollte, wie man also das Feld der möglichen Kandidaten für grüne Lichtstreifen überhaupt erstmal eingegrenzt bekommt, damit man weniger Forschungsarbeit hat. Um so der alten Ausrüstung der realen Strecke auf die Spur zu kommen. Dankeschön, schönen Abend noch, bis demnächst auf dieser Welle. Tschüss.